Herzlich willkommen bei dieser kleinen Anleitung, wie Sie bequem mit Reservix Eintrittskarten in St. Nikolai buchen können. Wenn Sie die Website von St. Nikolai aufrufen, können Sie auf Zuhause ausdrucken gehen und finden dort Einträge der jeweils nächsten Konzerte. Wählen Sie dann den von Ihnen gewünschten Sitzplatz aus in den verschiedenen Kategorien. Wenn Sie über ein leeres Kästchen gehen, ist der Platz noch frei. Rote Kreuze heißen, der Platz ist schon belegt. Legen Sie dann den ausgewählten Platz in den Warenkorb und wählen Sie gegebenenfalls, falls Sie Schüler oder Student sind, arbeitslos oder im Bundesfreiwilligendienst eine Ermäßigung. Dann geht es zur Bestellung weiter. Dort füllen Sie, wie Sie das von anderen Bestellungen im Internet kennen, Ihre persönlichen Daten aus. So, dass Sie dann im nächsten Schritt wählen können, wie Sie zahlen möchten. Entweder per Lastschrift oder natürlich auch per Kreditkarte oder, wenn Sie ein PayPal-Konto haben, per PayPal. Im nächsten Schritt wählen Sie aus, wie Sie Ihre Karte erhalten möchten. Der einfachste Weg wäre Print at Home. Das heißt, Sie bekommen am Ende eine PDF, die Sie zu Hause als Eintrittskarte ausdrucken können. Schließlich überprüfen Sie Ihre Bestellung und wenn alles in Ordnung ist, gehen Sie auf Jetzt kaufen. Ihnen wird angeboten, Ihr Ticket zu Hause auszudrucken. Sie bekommen es aber auch per E-Mail an die eingetragene Adresse und können es später ausdrucken.